Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Talos Principle. So, wir befinden uns in Welt Nummer 5, glaube ich. Und das ist das letzte Rätsel in diesem Level. Freundliches Kreuzfeuer. Ob das so freundlich ist, weiß ich nicht. Holy freaking shit. Blinkt mir ein bisschen zu viel, wenn ich ehrlich bin. Okay, es sind drei von diesen verfluchten Selbstschussdingern. Rat erbitten. Der Kanzel von meinen verfluchten Messengern muss erzielt werden. Ich könnte wirklich ein wenig Rat gebrauchen. Zuerst muss ein Bote erweckt werden. Okay. Sag mal, wie soll ich denn da bitte durchkommen? Ich habe keine Ahnung, wie ich das überleben soll. Ganz, ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wie ich das überleben soll. Ich habe ehrlich keine Ahnung, wie ich da lebend durchkommen soll. Außer ich fange vielleicht an der Seite an. Ah, ich brauche einen zweiten Jammer, sonst... wird das nix. Ähm. Noch lebe ich gerade tatsächlich. Wow. Ähm. Keine Ahnung, wie ich mit einem... Ah, war... Ah, war... Boah. Scheiße. Warte. Warte, 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 warte. Da drin war so ein Ding. Vielleicht... zerstört er irgendwas. Vielleicht zerstört er einen davon. Ja. Das macht die Sache doch schon um einiges einfacher. So. Da schön hinschleichen. Oh, oh. Und durch da... Puh. That's not so... funny. Hey, ich habe einen Stern. Damit habe ich das nicht gerechnet. Es war auch nicht geplant. Und wenn ich ganz ehrlich bin. Damit hatte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Diesem lustigen Stern hier. So, warte mal. Oh. Gehst du weg da? Holy shit. So, dann bringen wir den mal da hinten hin. Wollen uns unseren Jammer wieder schnell. Rennen an dem Ding wieder vorbei. Ah, perfekt. Ja, super. Dann... Zack. Und wir haben den Stein. Jawohl. Ich glaube, ich habe ein Must in diesen Siegeln erkannt. Jeder Farbe dient einem anderen Zweck. Elohim lässt sie uns alle sammeln. Aber kann es sein, dass er zu eifrig ist? Ja, die Roten sind ja für seinen großen Turm, wie wir mittlerweile herausgefunden haben. Es kann sicher sein, dass ihm das nicht so gut bekommen wird. Also, man kann sein, dass man immer, wenn man... Das ist immer, wenn man ein Rätsel gelöst hat, hier das Wetter besser wird. Das kommt mir gerade irgendwie so vor. Ja, sehr cool. Perfekt. Das war Level Nummer 5. Wir dürften jetzt alles fertig sein. Ja, ein Stern fehlt noch. Aber wir haben jetzt einen tatsächlich mehr oder weniger durch Zufall mitgefunden. Denn das war Nummer 5. Na dann, auf zu Level Nummer 6. Ah, hier strahlt die Sonne wieder. Ich habe diese Lande geformt auf dem Ziel der hiddenen Worte geformt. Deshalb haben alle Dinge Sinn. Wo vorher nur Chaos war. Weitere das und haben Hoffnung. Natürlich. Sie haben eine Antwort auf Ihr Support-Ticket erhalten. Dann zeigt mal an. Inhalt. Ah! Ihre Anfrage konnte nicht bearbeitet werden. Ja. Äh... Netzwerkadministrator kontaktieren. Achso. Erfordert Netzwerkzugang. Okay. Dann legen wir den Administrator an. Nehmen Sie sich bitte einmal mehr Zeit. Achso. Jetzt geht das wieder los. Basiskontofunktionalität. Möchte ich den Zertifikationsprozess... Ja. Bitte. Ich möchte immer noch den... Admin-Zugang haben. Tee. Lol. Okay. Cicero. Chatbots. Okay. Alles klar. Exit. So. Wir fangen einfach mal da drüben an. Mit dem ersten Rätsel. Mobiles Minenfeld. Das klingt nicht gut. Hier ist doch irgendwo... Da oben muss irgendwo so ein Computer sein. Oder hier hinter. Ich hab grad gedacht, ich hab da einen Stern gesehen. Aber ne. Ist doch nicht. Ist doch kein Stern. Die Tür ist verschlossen. Der bewegt sich nicht. Okay. So. Jetzt schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um. Was es hier nicht alles Schönes gibt. Da hinten. Ja. Wie Sie sehen. Jetzt sehen Sie nichts. Alles klar. Auf. Die Schlüssel. Da müssen wir ran. Wow. Wow. Ah. Scheiße. Wir müssen den da reinlassen. Damit wir hier unsere Ruhe haben. So. Komm. Mal hin. Und tschö. Viel Spaß da drin. Dann holen wir uns die Schlüssel hier raus. Du kommst mal mit. Man weiß ja nie. Schnauze. Oh. Holy shit. Damit müsste der hier ausgeschaltet worden sein. Hoffe ich. Jawohl. Dann kommst du mit. Oh. Oh. Der war zu knapp. Ich muss aufhören. Hier so wie ein Wahnsinniger rumzurennen. Das kann nur böse enden. So. Haben wir schon mal wieder. einen Schritt geschafft. Was ist eigentlich da oben? Ich will da hoch. Warum kann ich da nicht hoch? Da sind Treppen und alles. Hier muss es irgendwo einen Würfel geben. Ich will da hoch. C fix. Da muss irgendwas sein. Aber jetzt gerade habe ich leider keinen Würfel zur Hand. Außer ich finde da hinten einen. Nope. Leider nicht. Leider nicht. Hm. Ich habe bestimmt einen Stern. Und damit werden wir uns noch befassen. So. Dann. Jetzt gibt es hier drin nur noch rote. Das heißt wir machen einfach mal hier weiter. Bevor wir da hinten hinrennen. Auf geht's. Eine Tür zu weit. Okay. Hier brauchen wir wieder Würfel und Konnektoren. So. Das ist so eine komische Mine, die, an die wir sogar hingehen können. Also in die Nähe gehen können, ohne dass sie gleich uns zerreißen will. Oh, ich habe bei dem anderen Rätsel am Schluss gar nicht mehr auf die Wand da geguckt, oder? Oder? Bin mir dort gar nicht mehr sicher. So, da haben wir einen Konnektor. Das ist so, wie ich es mag. So. Wo kamen da? Ziel ist da. Feuer. Sesam, öffne dich. Perfekt. Da ist der nächste Konnektor. So, wo müssen wir dich anwenden? Das wird ja alles ziemlich verzwickt mittlerweile. Ich kenne mich gerade gar nicht mehr so hundertprozentig aus, wo ich was herbekomme. So da hinten. Ah, hier. Hier. Scheiße. Den Strahl bringe ich nicht bis ganz da hin. Ach, das ist kein Konnektor. Das ist so ein Ding. Äh. Jetzt. Ha. Warte mal kurz. Ich schaue mich hier jetzt gerade mal so ein bisschen um. Da ist nämlich noch so ein Konnektor. Hehehe. Den brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir das... ...hier hinbekommen wollen. Ah, ich habe den Würfel irgendwo liegen lassen. Da ist er. So. Ach, Goddammit. Genau, du gehst mal da hin. Und bleibst da mal stehen. Du störst sonst nur. Jetzt wird es nämlich interessant. Das machen wir anders. Warte. Wir nehmen... ...den. Und stören damit das Fell. Dann können wir den da nämlich reinnehmen. Äh, wo ist er? Da ist er. Ich möchte dann trotzdem, dass du da hinten bleibst. Damit du mich nicht irgendwie nervst. So. Zack. Nein, das funktioniert auch nicht. Die Tür, da muss ja offen sein. Sonst komme ich an den Strahl nicht ran. Okay. Äh... Wie brauche ich den Würfel hier? Das kapiere ich gerade noch nicht so ganz. Komme ich damit da drüber? Muss der Würfel hier irgendwo hin? Nee. Auf die Idee bin ich jetzt gerade noch gar nicht gekommen, dass der Würfel ja vielleicht... ...irgendwo drauf platziert werden muss. ...irgendwo drauf platziert werden muss. Wie wäre es denn damit? Ähm... ...jo. Nö. Sieht schlecht aus. Hm... Hm. Hm, 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 hm. Okay. It's not that easy. Da geht's ja auch noch durch. Da kann man auch... warte wenn doch doch warte 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 geh mal da drauf das ist mal nur ein versuch keine chance keine chance puh jetzt wird's doch schwierig holy shit man muss wahrscheinlich trotzdem da irgendwie durch warte mal natürlich da kann man ja durch schießen ich hatte mal zwei von den dingen scheiße wo habe ich denn den zweiten hin ich muss auf mein zeug besser aufpassen da steht einer jetzt weiß ich trotzdem nicht wo der andere ist genau so komme ich da oder nämlich hin wenn ich den zweiten jetzt wieder finden würde das ist das ding da ja genau so jetzt aber einmal zweimal zack okay er lädt wofür habe ich den würfel jetzt gebraucht ah ich habe es gewusst dass der stört der mist kerl da scheiße ich muss hier dann noch das natürlich mittendrin so jetzt aber geh auf ich weiß nicht ob das so geplant war aber es ist mir einfach mal egal scheiße okay nee kein problem ist doch kein problem jetzt wollen wir nämlich da innen rein und den connector da anwählen und damit verknüpfen dafür lässt das fisch uns bitte wieder in ruhe schnell durch so holy shit das war gar nicht so unkompliziert das war gar nicht so unkompliziert hey ich habe irgendwie das gefühl ich habe irgendwas nicht so gemacht wie ich es hätte sollen denn ich habe den würfel nicht einmal benutzt oder brauche ich den um da einfach nur irgendwo hoch zu kommen in dem anderen level hätte ich den würfel gern gehabt ähm mit rausnehmen kann ich den aber nicht oder hey tschüss ich bezweifle dass ich den würfel mit raus bekomme das wird vermutlich wie auch bei dem anderen ding sein dass der quasi hier drin bleiben muss aber ich versuche es mal ich versuche es gerne mal vielleicht ah da geht es ja schon raus nein Mist puh ja es hat jetzt dann doch relativ lange dauert obwohl es wirklich eigentlich einfach war ja es ist so na gut so kann es gehen ich mir hätte das mit dem Würfel gerade extremst mit dem muss man doch irgendwas machen schätze ich mal egal manche der Nachrichten die existierten als ich erschaffen wurde sind verschwunden andere sind erschienen wie viele andere haben diese Pfade beschritten wie viele Gedanken sind verloren gegangen ich bin immer noch hier es scheint als ob wir alle gleichzeitig hier sind und zugleich gar nicht sorry das ist nicht besonders hilfreich oder mir fällt kein anderer Weg eines auszudrücken je eher du akzeptierst dass wir alle für immer und ewig hier sein werden umso eher wirst du Erleuchtung finden okay aber jetzt möchte ich tatsächlich gerade nochmal an dieses an diese Steintafel da rangehen und schauen was kommt jetzt da ich es gelöst habe hier war doch so eine oder war die im ersten Level nein da hinten wenn Eloims Boten dies lesen können einer seiner Schar braucht Beistand zweifle nicht an dir selbst du hast diese Prüfung bereits bestanden ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß so na gut dann auf zum nächsten ey wir haben eins fertig sehe ich gerade jetzt nicht jetzt machen wir weiter zweifarbige Verwicklung bitte wenn irgendjemand ich könnte wirklich ein wenig grad gebrauchen zuerst muss dein Bote erweckt werden na super äh okay das heißt warte wir verbinden dich damit so dich verbinden wir mit dem und dem und zusammen öffne dich sehr schön was ist da drin oh kommt einfach nur der blaue Strahl raus das heißt den müsste man so verkürzen können dass man nur noch ein Connector braucht was äh scheiße wäre zu einfach gewesen das wäre wohl zu einfach gewesen warte mal ernsthaft hä achso ne dich brauchen wir natürlich jetzt erstmal noch da okay so dann möchte ich dich eigentlich goddammit neu verbinden oh ah ja genau ja jetzt hat's funktioniert sehr schön ähm so ich brauche hier einen Würfel oh wo bekomme ich denn den Würfel her der her muss ich hab hier nirgendwo einen Würfel gesehen und was bringt mir jetzt eigentlich die Verschachtelung dass hier alles offen ist das bringt mir doch auch nix oder außer ich könnte einen der Connectoren wegnehmen das würde mir helfen ja im Prinzip kann ich das neun achso ja gut so ist mir eigentlich wurscht jawohl ha zum zurückspulen x halten ah achso okay wenn man quasi nicht mehr zum Anfang zurück kann auf normalem Weg he gut aber wir haben es klasse dann fehlt hier auch schon nur noch einer hey da haben wir auch schon nächstes Set fertig dann können wir gleich mal zwei Sets eins setzen sobald wir wieder zurück sind aber das machen wir dann in der nächsten Folge diese beende ich hier ich hoffe es hat euch gefallen lasst mir einen Kommentar da gebt einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder also bis bald neun ist Vielen Dank.